Hallo Ladies and Gentlemen, wir von der Florida Services and Information begrüßen Sie. Unser heutiges Thema, Dabeisein auf Google Seite 1. Die Pink Pages der Florida Services and Information hilft Ihnen und Ihrem Business. Ende Mai beginnt in Florida die Hurricane Saison. Touristen, Businessreisende nach Florida oder Besitzer eines Hauses oder eines Kundos in Florida informieren sich in dieser Zeit verstärkt über Hurricanes in Florida. Eine ausgezeichnete Gelegenheit bei uns zu werben und damit auf Google Seite 1 zu sein. Um Ihnen unsere ausgezeichnete Platzierung bei Google zu zeigen, hier der Suchbegriff Hurricane in Florida. Sie finden uns auf Seite 1 in der Position 2 von insgesamt 72.400.000 verschiedenen Suchbegriffen. Auch der Suchbegriff Hurricane Saison Florida finden Sie auf Google Seite 1 in der Position 2 und zusätzlich in der Position 3 ebenso das Ergebnis Hurricane in Florida. Und falls beim Sturm der Strom ausfallen sollte, ist selbstverständlich die Telefonnummer der FPL der Florida Powerline etwas sehr Wichtiges. Also der Suchbegriff FPL, Emergency Phone Number, finden Sie bei Google auf Seite 1 gleich nach der FPL selber. Es ist ein Suchergebnis von 839.000 verschiedenen Suchergebnissen. Ebenso wichtig beim Hurricane ist das Trinkwasser. Sie finden uns bei Google unter dem Begriff Trinkwasser USA auf Seite 1 in der Position 1 von 1.630.000 Suchbegriffen. Gleich nach dem Trinkwasser kommt das Essen. Sie finden uns auf Google unter dem Suchbegriff Florida Food auf Seite 1 in der Position 1 von 883 Millionen Suchbegriffen. Und manchmal wird auch die Polizei gebraucht. Auch hier finden Sie uns bei Google unter dem Suchbegriff Florida Polizei auf Seite 1 in der Position 1 von 1.770.000 Suchbegriffen. Und wenn der Hurricane vorbei ist, dann ist auch wieder die Frage nach Sehenswürdigkeiten interessant. Unter dem Suchbegriff Sehenswürdigkeiten Florida Ostküste finden Sie uns wiederum bei Google auf Seite 1 in der Position 6. Und wenn Sie nicht an die Ostküste, sondern an die Westküste möchten, auch der Suchbegriff Westküste Florida Sehenswürdigkeiten bringt uns auf Seite 1 Position 3. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehen Ihnen selbstverständlich gern für Rückfragen zur Verfügung. Sie erreichen uns unter info at florida-informations.com Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.